Witzig. Von da können sie eigentlich gar nicht hochkommen, oder? Oh doch. Du musst nur aufpassen, wenn gleich das, ähm, das Tor weg ist, ne? Dass wir da nicht runterfallen. Ja. Weil ich glaube, da springst du einfach instant in den Tod. Oh, guck mal, die hängen ja alle an der Kiste. Einfach nur, dran denken, nur geradeaus oder nach links rennt. Nicht nach rechts. Ja. Das Problem ist, dass der Generator auch hier rechts ist, ne? Ja, gut. Ich bin, ich bin gespannt, ob es jetzt, ob es mit drei Generatoren vorbei ist oder nicht. Okay, ist vorbei. Aufnehmen und aufs Dach. Wo geht's aufs Dach? Wo geht's aufs Dach? Ja. Hier lang, glaube ich, ne? Glaube. Äh, ja, sieht ganz gut aus. Ja, doch. Auf den Sockel. Äh. Ja, hier. Ja, hier, ja. Mittlerweile kenne ich den Weg. Ja, also ich bin, ich glaube, immer von der anderen Seite sonst lang und dann sieht es immer ein bisschen anders aus. So, jetzt können wir es bestimmt wieder. Ja, man kann sie noch da reinlegen. Okay, wenn man es noch mal reinlegen kann, heißt es für mich eigentlich, wir müssen noch einen Generator machen. Ja, das kann gut sein. Aber mal abwarten. Das sind nur zwei, ne? Lass mich mal leben. Ruhig. Oh, das war lila, das war anders aus. Supercharged. Chanta, glaube ich, gerade kann das sein. Ja, glaub auch. Okay, jetzt ist der Sockel, komm. Komm, der Sockel. Der Sockel, der muss es sein. Ja. Ja, geht doch. Okay, und was machen wir jetzt? Warten, was passiert? Oder abschießen? Irgendwie so. Oh, ja, abschießen. Sie fliegt weg. Ja, schau. Äh, zum Spawn. Ja, ne? Ich glaube, zu Spawn fliegt sie. Ja, ich sehe sie noch. Ja, ja, sie fliegt zum Spawn. Okay, ich sehe sie noch. Ja, die ist zu Packer von uns geflogen. Ja, ich bin auf dem Weg. Äh, äh, okay. Sie ist ja relativ weit rechts gewesen. Warte, ist die out of the map? Ja, das kann gut sein. Also, sie ist auf jeden Fall hier in ihre Richtung geflogen. So viel steht fest. Oder ist sie? Scheiße. Da hat jeder gucken sollen, wo sie genau hingeflogen ist, um genau zu sein. Ich weiß, wenn ich einen schönen Blick hatte. Shit, Alter. Wo ist sie denn? Oh, Zombies. Hm. Das ist jetzt die Fragen a la Fragen. Ja, wenn ich eine Kugel wäre, ne? Verpissen. Das war jetzt natürlich ungünstig. Ja. Und das wird bestimmt einfache Part sein. Einfach gucken, wo die Kugel hingeflogen ist. Ja, ist so. Aber, also ich habe auch hier in die Richtung fliegen sehen. Hier hinter kommt ja nichts mehr, außer Packer Punch. Ne. Unter uns ist ja auch nichts. Alles andere spielt sich ja drüben ab. Also, eigentlich muss es irgendwo hier zu sehen sein. Sie sind jetzt hier rüber geflogen. Ne, das habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Äh. 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 Ist sie irgendwie... Ne, wo könnten die sein? Hast du sie getroffen? Ne. Äh. Vielleicht hier mit dem Drachen? Wo? Wo? Wo 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 wo? jetzt gekriegt ja ich versuche vor allem gerade mal so bis auf die strommasten zu gucken und ob der habe ich auch gerade erst überlegt ja fand ich auch ich habe jetzt noch kurz ein zombie getötet dann können wir vielleicht hier ein bisschen einfacher das finden was natürlich jetzt bitter wäre weil was wir ja vielleicht nicht gesehen haben wenn sie weiter geflogen wir ja das stimmt schon ich habe auch die ganze diesen drachen da oben im blick auf dem dach also der da oben sich so befindet also meinte dass sie irgendwo anders abgibt also hier abgeprallt ist nur quasi und dann dann ist sie woanders hingeflogen oder das wäre natürlich bitter wo ist noch ein lach im zaun im gong abgeschossen mit was ich habe nämlich schon vorhin also ganz am anfang als wir aufgenommen haben ganz zu beginn der aufnahme drauf geschossen mit einer pistole und da kam nämlich kein ton ich konnte das jetzt auch nur einmal machen also ich habe es jetzt noch mal gemacht das ging nicht gibt es mehrere gongs die frage ja ja also ich kann den gong jetzt nicht mehr abschießen das ging nur einmal ich sehe noch ein gong ich glaube das ist der nächste schritt das könnte sein ok kann sein dass die kugel nämlich jetzt die gongs aktiviert hat weil die dagegen geflogen ist oder sowas na das könnte tatsächlich sein also suchen wir jetzt noch den gong konkurren die sind auch doch mehr ich schieb ganz danach aus ja dann war das war eine gute aber was aktiviert mit mit den gongs mit dem mädelgogen mit die mega einfach ein riesigen konnten ja mega gong kugel gong schon ein gong die kann man wenigstens relativ leicht sehen finde ich ja die leuchten vor allem ja ist leicht sagten sie und fanden dann gleich keine mehr ja das ist auch gerade mein problem ich bin auch noch auf der suche ich meine so viele out of maps gibt es ja hier eigentlich gar nicht was ich mir vorstellen kann überall wo du so auch bei speed cola und sowas wo du auf diese kleinen vordächer gehen kannst dass da vielleicht welche out of map stehen ja da würde ich jetzt als nächstes gerade hinlaufen hier geht es auch noch ganz viel out of map ja da habe ich eben auch schon durchgeguckt da wo die kiste ist ja ich habe jetzt auf den ersten blick erstmal nichts gesehen aber du kannst auch noch mal gerne gucken weil ich neige auch gerne mal dazu etwas zu übersehen ja also ich habe jetzt auf den ersten blick auch nichts gesehen ich habe den zombie noch hinter mir wir haben jetzt zwei abgeschossen glaube ich ne ja drei würde ja schon vermutlich sinn machen so was ist denn hier auf dem vordach ich dachte so wer hat denn nicht ein gong auf seinem balkon stehen scheinbar niemand hier im balkon ist nämlich nichts die tür ist offen ne ich kann mir fast vorstellen dass die tür da aufgeht wenn wir alles fertig haben die so halb offen steht ja und dann spawnt da so der boss zombie und dann ja dann sind wir tot game over alles von vorne sagte er und er starb hä warte bist du runter gefallen ich wollte eigentlich nur die eine klippe da runter gucken aber ich habe mehr als nur runter gucken gemacht oh miese brise hier war ich aber auch schon gucken naja immerhin habe ich da so ein paar punkte ja haben sie bereits okay habe ich aufgenommen gut dann gucke ich jetzt einfach mal aus deiner sicht mit vielleicht sehe ich ja was was du nicht siehst ja ich würde gerade hoch aufs dach nochmal und da gucken oder kann man hier irgendwo auf dem map gucken ne hier von da nicht ich überlege gerade ich habe den eben wo habe ich denn eben den abgeschossen da hinten ist einer das war Nummer 3 die frage ist wie viele gibt es ja das ist echt schwierig ne da hinten ist pack du weißt ja auch nicht was du aktivierst ach genau den habe ich abgeschossen den hast du abgeschossen ok ja 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 passiert auch nichts mehr der kannst du damit auch nicht mehr abschießen das geht bei jedem nur einmal ja also ich würde fast vermuten das waren nur drei ich würde mal hier nochmal wieder runter gehen und mal gucken ob die auf aua was hast denn du gemacht ich habe meine finger voll gegen das mikro gehören aua wenn du mal ganz schnell an der kante vorbei wichst das tut ein bisschen weh na das glaube ich da war nur der strom das heißt hier gehts lang ich spring jetzt hier nochmal kurz rüber wer den quote erkennt kriegt von mir persönlich ich habe ich habe phd äh lol ich glaube das haben wir gerade vom gong gekriegt also ich zumindest du hast ja keinen perk gekriegt sag mir jetzt nicht der gong das war nur um um fucking perk zu bekommen ach der zombie hängt jetzt da oben ich könnte kurz mal nachgucken weil der jetzt eh da buggt ja ich fall ob wir durch sind ich sehs ja also wenn er sich mit dem weg ich guck mal nebenbei ja ok ich versuche mal schnell hier rein zu kommen so workshop ähm kau er ist ausgeblutet hm er ist ausgeblutet ungünstig aber noch höre ich ihn nicht slicky fire trump esteem credits ähm side easter eggs musik easter egg oh es gibt teddy bears red records 115 das ist erstmal egal free perk easter egg telephones gongs ach die elefanten geben ein free perk aha aber es gibt es gibt mehrere tatsächlich ja ja es gibt irgendwie was bei speed cooler und sowas gibt es auch noch welche und bei dem diesen sangria perk also die die ich gefunden habe sind nicht die einzigen hm mann mal ich habe hier die zeit ich gucke ja genau das ja auch im workshop genau in den zeit easter eggs es ist nicht in den first room geflogen sondern es ist ähm du bist ja jetzt gerade auf dem dach ne ja du droppst jetzt runter bei äh nach andere seite andere seite wo du runter geschossen hast da war ja glaube ich der äh warte geh nochmal da wo du die orb hingesetzt hast es ist es ist Vielen Dank.